Wir wollen das L und das Oma. Dazu haben wir ein Bild gemalt. Wir können das aber im Personizer nicht reinziehen. Also müssen wir das ein bisschen anders importieren. Wir wählen Hintergrund- und Anzeigefarben aus. Da wählen wir Benutzer definiert. Artikel L vorbereiten. So können wir das Bild importieren. Wir müssen ein bisschen rauszoomen. Später können wir das einfach an die Größe nochmal anpassen. So soll das L aussehen. Dazu benötigen wir zuerst das L. Das können wir schon. Schriftzüge auswählen. Einfach hier reinklicken. L schreiben. Danach Größe passend erstellen. Jetzt möchte ich das L so formen, damit es so aussieht wie hier. Ich wähle Umformen aus und klicke hier den Rand. Wir haben solche Ecken. Also sind rechteckige Punkte. Die können wir einfach hier so an unsere Figur ranziehen. Jetzt habe ich mehrere Ebenen. Ich habe Rot, Blau und gleich nochmal Gelb. Deswegen werde ich die Ecken so setzen, sodass jede dieser Flächen mit einer Ecke endet. Er sieht noch nicht so richtig gut aus, weil wir hier Krümmungen haben. Und diese Krümmungen haben wir nicht im Bild. Deswegen müssen wir zuerst das Ganze gekrümmten. Wir können mit der rechten Maustaste an eine Ecke klicken. Dann bekommen wir solche Kreise. Die Kreise sind gekrümmt. Das heißt, ich werde jetzt diese obere Form mit Kreisen nachsetzen. Indem ich einfach hier zu der reinklicke mit der rechten Maustaste und mir einen neuen Kreis geben. So, jetzt möchte ich das hier unten nochmal machen. Gut. Gleiche mache ich mit Gelb. Jetzt habe ich ein L erstellt. Jetzt blende ich das Hintergrundbild wieder einmal aus. Und zwar unter Hintergrundinformationen gehe ich einfach erstmal auf Weiß. Als nächstes wähle ich das L aus. Und ich lasse mir einen Rahmen einblenden. Das kann ich machen, indem ich hier draufklicke. Dann habe ich meinen Rahmen mit der rechten Maustaste drauf. Dann kann ich die Rahmengröße wählen. Ich wähle jetzt einen größtmöglichen Rahmen bei Weiß 6. 15 x 25 cm. Und wir sehen, das L ist ein bisschen groß. Das heißt, wir müssen das Ganze skalieren. Das ist aber ganz einfach. Das können wir einfach hier leider ziehen. Eine ganz interessante Einstellung ist automatische Zentrierung. So bleibt das L korrekt. Jetzt ist das Ganze schon mal im Rahmen drin. Wir wollen jetzt diese drei verschiedenen Farben in dem gleichen L. Wir kopieren das L dreimal. Wir wählen das L aus. Dann machen wir Command C, Command V. Bedeutet, wir kopieren das L dreimal. Aktivieren die Umformung aus. Klicken einmal in den Rand, damit es angezeigt wird. Und wir wollen, dass dieser Bereich hier die Farbe Rot hat. Das bedeutet, alle restlichen Punkte müssen weg. Wir müssen jetzt all diese anderen Punkte auswählen und löschen. Bis zu der Stelle, die ich in Rot haben will. Jetzt schaue ich mir das nächste L ein. Wieder Umformen auswählen. In das L klicken. An den Rand klicken. Und jetzt lösche ich das obere. Oben nicht. Hier unten. Jetzt habe ich diesen Teil. Jetzt im unteren Teil mache ich genau das gleiche. Jetzt müssen wir das Ganze zusammensetzen. Das heißt, wir machen jetzt wieder drei Farben. Jetzt müssen wir die Übergänge machen. Das ist ja noch nicht perfekt. Der obere Übergang, den ist mir gut gelungen. Den Rand kann ich jetzt einfach so rüber schieben, dass ich eine kleine Überlappung habe. Beim unteren Übergang muss ich eine kleine Anpassung nochmal machen. Wie mache ich das? Bedeutet, ich schiebe das auch so ein bisschen hier, dass die Kante stimmt. Jetzt kann ich das obere oder das untere anpassen. Wir fassen mal das obere. Das heißt, wir wählen wieder die Umformung aus. Klicken einmal auf das mittlere Element. Hier schalte ich erstmal auf Kreisung mit der Leertaste wegen der Krümmung. Krümmung finde ich schöner. So und jetzt muss ich das passend ranziehen, sodass das hier besser sich verbindet. So, im nächsten Schritt kommt eine wichtige Sache und zwar beim Personizer können wir die Reihenfolge nicht einfach durchziehen ändern. Jetzt muss ich nochmal die Figur aufbauen. Und zwar, ich möchte zuerst, dass das Rote gesteckt wird, dann das Gelbe und dann, dass die Verbindung sozusagen überlappt wird. Ich klicke einmal auf Rot. Das Rote ist ausgewählt. Mache Command C. Lösche das und mache Command V. Danach das Gelbe. Wähle Gelb aus. Mache Command C. Lösche das. Mache Command V. Jetzt ist es Rot-Gelb. Dann wähle ich Lila aus. Mache Command C. Lösche das. Command V. Und jetzt habe ich Rot-Gelb-Lila. Bei dem Personizer kann ich die Reihenfolge nur durch Copy & Paste machen. Das heißt, zum Schluss muss die Figur nochmal aufgebaut werden. Wir wählen die gesamte Figur aus mit Command A. Und hier haben wir einen Sperrgrund. Sperrgrund ist so etwas wie eine Stabilisierung. Und zwar, ich mache eine Schicht. Man kann auch zwei Schichten machen. Das muss man aber erst mal durch Probieren herausfinden, was am besten funktioniert. Und dann habe ich das in Ton und Ton gemacht. Das heißt in Schwarz. Und dann habe ich einmal OK bestätigt. Und jetzt wird ein Sperrgrund generiert. Das heißt, bevor ich überhaupt anfange zu sticke, kann ich den Stoff stabilisieren. Sie hier gemacht habe, weil ich zum Schluss auf Baumwolle gestickt habe. Das ist eine wichtige Eigenschaft des Personizers, dieser Sperrgrund. Jetzt geht es weiter. Und zwar, bevor wir beim ersten Probesticken müssen wir die Dichte anpassen. Das ist das Allerwichtigste. Wie machen wir das? Wir klicken hier einmal diese Figur erstmal. Und die Dichte, wo kann man die Dichte sehen? Die Dichte kann man über Stickmusterinformationen sehen. Das heißt, je höher das ist, desto höher ist die Dichte. Und beim Testen müssen wir die Dichte erstmal stark reduzieren, auf Filz testen. Danach das Ganze erst an den Stoff anpassen. Weil wir möchten ja nicht zum Beispiel auf einem super leichten Jersey sofort mit einer starken Dichte anfangen. Weil sonst wird die Maschine beschädigen, der Stoff wird nach unten gezogen. Und dann sind wir ohne Ende beschäftigt, den Stoff rauszufriemeln. Okay. Die Dichte wird über die Füllung gesteuert. Und wir haben hier, das heißt, wir wählen hier, wir haben vier Optionen. In dem Video haben wir geprägt genommen. Und das heißt, wir können ein Muster im Grunde verlangen. Also auf dieses Stück setzen. Wichtig ist, hier habe ich zum Beispiel ein Patch ausgewählt. Sieht toll aus, erhöht die Dichte. Das heißt, um die Dichte zu reduzieren, bei Steppstich, Satenstich, Erhabenenstich geprägt, muss man hier unten rein. Das ist hier der Abstand. Und da können wir den Abstand einfach erhöhen. Zum Beispiel, was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier auf 8 stelle, ich verdoppele den Abstand. Es wird alles ein bisschen seichter. Das heißt, die Maschine hat keine Probleme natürlich zu stecken. Aber es ist fürs Testen, erhöhen wir diesen Abstand. Nachher, beim tatsächlichen Durchführen, müssen wir uns langsam rantasten. Das heißt, wir könnten hier zum Beispiel auf 5 gehen. Sieht noch gut aus. Dann schalten wir auf geprägt. Okay, wunderbar. Aber hier müssen wir auf jeden Fall die Dichte reduzieren. Beispiel 8. Und dadurch, man sieht sozusagen so ein bisschen den Untergrund dadurch. Aber die Dichte, weil wir hier vor allem auch eine Überlappung haben, muss reduziert werden. Wir wählen das Lila aus. Klicken im manuellen Abstand. Den stellen jetzt auf 0.6. Automatische Stichtteilung wird auch aktiviert. Und schon ist das ein bisschen durchsichtiger geworden, weil wir hier eine Überlappung haben. Und dann machen wir das Ganze mit dem Gelben nochmal. Manuell, da haben wir 0.6 gemacht. Jetzt machen wir 0.5. Weil wir wollen ja verschiedene Werte testen beim Sticken. Automatische Stichtteilung wird reduziert. Auch aktiviert. Und jetzt haben wir hier vielleicht noch ein Muster auswählen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Zum Beispiel die Herzen. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Eine weitere Sache ist Sticken. Beim Sticken können wir eine Unterlage wählen. Und zwar, das Programm stabilisiert automatisch die Stickerei. Aber wir haben den Sperrgrund aktiviert. Das heißt, das haben wir schon fertig. Deswegen müssen wir, um die Stickanzahl auch zu reduzieren und die Dichte zu reduzieren, diese Unterlage deaktivieren. Bei allen Objekten hier und einmal hier. Wenn wir diesen Sperrgrund nicht hätten, ist das natürlich von standardmäßig eingestellt. Gut. Jetzt ist die Datei bereit. Wichtige Eigenschaft nochmal. Oder wichtiges, was wir jetzt noch machen müssen. Wir müssen nochmal die kleinen Stiche entfernen. Das ist auf 0.3 gestellt. Und hier gehen wir auf 0.8 beim ersten oder auf 1 beim ersten Probelauf. Bestätigen OK. Die Dichte ist im Moment nicht hoch. Wir wollen erst mal testen, wie das Ganze hier gestickt wird. Beim zweiten Vorgang können wir die Dichte noch erhöhen. Als nächstes werden wir Probe sticken.